Was würdest du eher tun? Würdest du eher nur noch fliegen können oder alle sieben Tage einmal fliegen können? Also wenn man nur noch fliegen könnte, dann könnte man gar nicht mehr gehen. Aber da muss man auch nicht mehr gehen, hä? Würdest du eher immer overdressed sein oder eher immer underdressed? Das ist echt schwierig. Overdressed ist vielleicht schlauer, aber ich bin immer underdressed, deswegen underdressed. Würdest du eher unter extremer Hitze arbeiten oder unter extremer Kälte? Boah, ich glaube Kälte ist da besser. Vor allem bei körperlich anstrengender Arbeit. Würdest du eher zwei Meter oder eher einen Meter fünftig groß sein? Ich glaube als Frau ist einen Meter fünftig besser, aber als Mann würde ich zwei Meter nehmen. Würdest du eher sieben Tage im Wald leben oder eine Nacht in einem Geisterhaus verbringen? Ich bin dabei, hä? Let's go.